Junge, wir stellen die einfach so. Junge, ich schau einfach raus. Komm, Musik, du musst es grad machen. Yeah! Und jemand schießt da mit, das ist einfach raus. Scheiße, was ist denn jetzt gelaufen? Was ist das denn hier? Ja, ich versuch's. Ich bin im Auto verpackt! Ich bin im Auto verpackt, Junge. Ich komm, jetzt bin ich rausgegangen. Willkommen wieder zurück zu Let's Play Saints Row 3. Ja, ich bin auch wieder da. Mit dem Sebi. Ich hab dir in die Fresse geschossen, Junge. Scheiße, ich hab nur Geld. Okay. Ich würd mal sagen, wir gehen erst mal äh, mach mal an. Komm mit. Mach erstmal ein bisschen Muni. Ich brauch ein bisschen mehr Geld. So. Verpiss dich, Alter. Was da? Ach, halt, wo fahr ich, klar. Alter, was ist denn das für ne Karre? Boah, Alter. Irgendwo sind die Bullen denn drauf. Was denn du da mit der Sniper, Alter? Wollt grad sagen, was hast denn du da hinterhört, Junge? Boah, scheiße, die haben irgendwie einen Platten geschossen, die Wichser. Junge, wie schnell die einfach sich. Junge, ich soll einfach hartkommen, Musik. Du musst jetzt grad machen. Yeah! Und jemand schießt da mit der Sniper raus. Scheiße, was ist denn jetzt gelaufen? Was ist das denn jetzt? Ja! Ich versuch's. Ich bin im Auto verpackt! Ich bin im Auto verpackt, Junge. Jetzt bin ich rausgegangen. Steig eins, Junge, steig eins. Ja, genau, und das trott Bullenwagen. Mir fängt ja schon mal geil an. Steig da mal aus, hier. Wie das einfach aussieht, Junge. Ups, oder? Jetzt hast du auch die Schröpfchen. Weg da. Weg da, fette Kuh. Ja, freies Granaten, Junge. Boah, Junge, steig! Oh! Hilf mir! Ich burn, Junge, ich burns! Äh, eh. Äh, eh, halt da. Hier, Motorrad, check auf! Check auf, check auf! Das kannst du auch so geil tunen. Da ist Motorrad. Wow. Ich wüsste jetzt nur gern. Also wir machen jetzt erstmal ein bisschen Geld und ein bisschen die Stadt freizuschalten, um für später so Klamets zu kaufen. Mhm. Ja genau, fahr gegen die Wand. Ja, genau. Bin ich gar nicht. Natürlich. Mann. Hast du es übersprungen jetzt? Nö. Boah, was ist denn das jetzt für ne Musik? Hier ist die krasse geile Musik. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ach, hier muss ich raus. Scheiße. Er ist auf dem Parkplatz vor uns. Ich wollte rufen. Fett erst mal um den Parkplatz herum. Ja, wo bin ich denn hier? Oh, Junge. Das ist das Spiel zu leise irgendwie. Ich verstehe fast nix. Weil jetzt bekommen wir nämlich so ein bisschen was beigebracht. Ach ja. Ja, knall die Leute an. Schaffst du nicht, hab die nur schreien hören. Guck, jetzt kommen wir zum Mechaniker. Mal gucken, ob du das jetzt siehst, ob ich die Wagen tune. Mal gucken, ob du das jetzt siehst. Warte mal. Karosserie. Auspuff. Guck mal, Auspuff. Siehst du das auch? Nö, wir stehen im Laden drinnen. Achso. Ja, musst du kurz warten. Warte. Ich mach jetzt einfach noch mal ein bisschen was. Fertig ist. Geil, ne? Komm. Tag ein. Was machst du denn hier? Tag ein. Ja. Jetzt geht Gas. Was hast du jetzt gemacht? Nur ne Farbe. Ja, siehst du sie doch. Ja, so ein Lack-Ding. Wow. Und ein Auspuff. Wenn du guckst. Mhm. Wow. Und, äh, hast du vorne auch noch anderen Schürzen und Dings. Von Schürzen. Nice. Hast du Musik aus? Nee, die singen jetzt. Ja, eben. Ich kann's nicht ändern. Die haben auf einmal den Musik-Dings gewechselt. Ich kann's nicht wechseln. Wie hättest du das so gescriptet? Nö, ich weiß. Ah, Leute. Auf jeden Fall ist es bei uns richtig geiles Wetter. Ja, bei uns auch. Die ganze Zeit Sonne. Ja. Alter. Was macht denn der Pierce? Ja, machst du den Sniper wiederkommen? Ja, der schießt Bullen ab. Ja. Normalerweise sind hier jetzt, äh, Puppen. Haben wir die schon mal eingesammelt? Weiß ich grad gar nicht mehr. Keine Ahnung. Hier im Tunnel sind normalerweise Puppen. Hier dazwischen. Ja, macht doch noch mehr Sterne. Macht nix. Alter. Die Sonne wird so singen. Alter. Was zur Hölle? Soll der mich einfach runterstrass? So, guck, jetzt ist hier Klamottenladen, aber die Klamottenladen, scheiße. Aber mal gucken, was es hier gibt. Ehh. Einkaufen. So, Kopp, Kopp. Hüte. Da gibt's noch Bullshit. Brillen. Ich weiß, wo es richtig geilen Klamottenladen gibt. Hm. Nein. Na gut, wir haben jetzt DLCs. Vielleicht gibt's ja noch geilere Sachen. Hm. So. Wie gesagt, es gibt noch Scheiße hier, ne? Schuhe müssen wir auch schon kaufen. Hm. Also, ich bin fertig. Moment. Ja, keine Kette. Ja, keine Kette. Oh, also ich bin fertig. Oh, ich bin fertig. Naomi. In die Fresse, Junge. Ne. Junge. Was ist denn jetzt da los? Oh mein Gott. Fuck, Junge. Junge, willst du mich verarschen? Lass mich doch mal in Ruhe kaufen jetzt. Da ist so ein hässlicher Wichser. Ah. Was macht der da? Mann, Junge. Wow. Alter. Das ist doch gut, Junge. Ich hab doch eh gedrückt. Ich hab doch eh gedrückt. Ich hab doch eh gedrückt. Ja, der macht doch schon. Hä? Bei mir macht er gar nix. Jetzt ist er doch tot, oder? Ja, jetzt schon. Kann ich jetzt meine Ruhe kaufen hier? Ja. Nee, ich glaub das wird jetzt nix. Leute, wie die dich alle meinen. Ja, wir lassen, wir lassen mich komplett in Ruhe. Außer der scheiß Bruder da. So. Komm jetzt. Hi, Happen. Ach du scheiße. Wo ist denn du aus? Komm, du Zweiko. Ich zeig dir dann mal, was ich gemacht hab. Alter. Hi, Happen. Pass auf, wie ich denn aussehe. Ich hab voll das geiler. Nee, du hast auch so nen Mundding genommen. Ja, aber ich hab noch was geileres. Weg. Lol. Wie ist denn Matt? Den Wechsel. Den, den. Den Heli. Nein, der hat schon. Nervt mich. Den's verfolgen da. Na, ne, ich mach mal die Doppelschrudi. So, jetzt pass mal auf. Guck mal hinten bei mir am Rücken. Wenn mir mal zu nah kommt, ja. Los Pikachu! Warte, warte, ich zieh mal mit dem, mit dem, mit dem Danks drauf. Los Pikachu. Los Pikachu. Du hast die selber Hose, glaub ich, an wie ich, oder? Ja. Wichse. Ja. Das ist sowas von falsch, Leute. Zeig mal. So. Warte. Ah, Junge. Geschafft. 6000, ja, ja. So, jetzt lass dich mal nen Kuppel Läubchen. Guck mal, guck mich mal an. Was hast denn du da auf? Heihappen! Ich bin der Heihappen! Wackelt das so geil? Ein bisschen, ja. So. Heihappen! Ah! Und für die Sonnenfinsternis hab ich ne passende Brille. Ach ja, stimmt, Leute. Heute war ja, äh, ne? Berühmte Dings. Äh, Sonnenfinsternis. An alle, die's nicht wissen. Was machst du denn jetzt? Wir müssen mal's gucken. Wir müssen was kaufen. Fähigkeiten. Verbesserungen. Ach so. Warte mal, was wird geschossen. Was willst du denn, Junge? Wer war das denn? Ein Bulle. Lol. Ein Bulle. Ah, ein Buller, der ist überhaupt schon. Fähigkeiten. Warte mal, was geht's denn so? Wie viel Geld hab ich denn jetzt? Halte Pistolen in beiden Händen. Ja. Nice. Mal, warte mal. So, Bekanntheit. Von Personen wird doppelt so viel Bargeld fallen gelassen. Rampel läutern, um ihm Geld zu stehlen. Nicht genug Geld. Hä? Gesundheit. Alter. Eiskalten Laster überfahren. Ich kann mir noch nicht so viel kaufen. Komm. Ich bin dabei. Erstmal Missionen machen. Ich brauche Geld. Ja, ich auch. Ja, deswegen machen wir's jetzt. Mal, let's. Ja, genau. warum warum weil hier noch was ist mit meinen kleinen stöckel schießen hast du dir angeguckt eine springer stiefel und die bingste hinterher und haben wir Hi Hoppen Officer! Hi Hoppen! Hi Hoppen! Boah Junge. Warte mal... Gucken. Ich glaube nämlich... Naja da ist es ja sofort. Schwabbel Schwabbel. Die Schottis Scheiße, die andere ist viel geiler. Lass mal kurz ne Karre steigen. Ja hier? Hier. Folge mich! Achso, warte mal. Was ist denn das blaue Zeichen da? Ja das Dreieck. Begib dich zum Flughafen. Da müssen wir hin. Die nächste Mission. Nein, jetzt habe ich schon wieder E gedrückt. Mann, was bist du für ein Munger. Schönen die Rockamuck an. Ich tue ihn dir bei Chips essen. Nur so. Ja, das will aber keiner wissen. Leute das mit PC zu spielen ist so ungewohnt. Ich sag's euch. Warum? Ich bin es so gar nicht gewohnt irgendwie. Ich weiß nicht. Ich fühle mich da so komisch. Die Tasten sind so komisch. Gelegt, weil ich spiele es glaube ich mit dem Controller. Bei Maus und Tastatur ist das voll komisch zu spielen. Finde ich nicht. Das ist für mich so komisch. Ich glaube war mit Tastatur und Controller besser. Warte mal. Ich kann ihn ja mal versuchen anzuschließen. Achso, jetzt ist das da. Jetzt musst du aufpassen. Mach nicht so'n Scheiß. Geh. Mhm. Warst du da schon? Mhm. Geil zu Musik etwa? Ja. Weiß ich nicht. Weiß du? Ja. Leil? Ich hab Fallschirm geöffnet, aber ich hab Fallschirm geöffnet, aber du zugehört. Woll, ich kann wieder mit Kontrolle, ich kann mit Controller spielen. Jetzt wirst du mich erleben, Junge. Wie ich mit dem Controller spiele. jetzt geht's ab jetzt sind die saints da nein ja warte mal wo kann sich nochmal nachher genau papa papa ich muss die links ein bisschen erhöhen die alter ich kann die steuerung von dings überhaupt nicht mehr warte habe ich wichse schießt mal weg optionen steuerung ich muss das ein bisschen erhöhen alter noch standard mal was heißt alter warum geht es so langsam warte kurz ja sorry es geht mir viel zu langsam du machst das mal auf 62 so jetzt müssen wir hier nämlich ein bisschen säubern wo konnte ich denn noch mal rennen hier scheiße wie ich diese steuerung überhaupt nicht mehr kann das war das jetzt einfach durch rennen Verwacht den Aufzug. Ah, Controller, Junge. Geil. Nice. So. Geilste Musiker war. Die Pfotzen, Junge. Ihr müsst sterben. Ihr müsst alle sterben. Die Alienbastarde. Bäm, Junge, weg. Draußen. Draußen, draußen. Die... Hälte, 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 Hälte. Hälte, Hälte. PAM! Weg. Drinne, drinne. Aufstieg. Guter Junge. Erpisst euch mal alle. Die ist hier in der Wand verpackt. Siehst du das auch? Ja. Was ist da? Steigt in den Hubschrauber. Steigt in den Hubschrauber. Oh, geil. Jeder ein. Jeder ein. Oh mein Gott, ob ich fliegen kann, weiß ich nicht. Ich kann es mit dem Controller. Das ist das Geile. Ah, ja. Controller, Leute. Controller. Ich bin... Ich weiß nicht, ich bin so oft Controller fixiert. Ich kann einfach momentan nur mit dem Controller spielen. Wo kann man denn sinken? Keine Ahnung, ich weiß, es ist nur beim Controller. Weil ich steigt ein bisschen. Oh, new beautiful death. Das Original hört sich kacke an. Ich finde, das Lied, das ist so ein bisschen leicht verändert als das Original, finde ich viel geiler. Nein, jetzt habe ich eh gedrückt. Scheiße. Ich habe dich kurz schreien hören. Irgendwanns Lied. Ja. Soll ich dich abholen? Ja, kann ich nicht. Ich muss dir folgen. Die Anzeige ist ja da. Ah. Ich wollte alle Tasten drücken, aber naja, geht nicht. Na, vielleicht hast du, sagst du, glaube ich. Ja, ich will sinken. Ach, sinken. Ja, das weiß ich nicht, aber... Wow, ich werde dir gerade knallabgeballert immer. Einfach mal schnell die Dings ausgewischen. Hi, happen! Toll. Also, das war jetzt das Original-Lied, ja, oder was? Das? Nein, das war nicht ganz das Original-Lied. Das war so... Ach, dieses Geremix. Ja. Und das findest du besser? Ja. Das ist das Original. Schnapp dir den. Also, hier in dem Dings war jetzt besser als Tings oder was? Was war? Das Lied hier in dem Spiel war jetzt besser als... Ja. ...was wir haben. Ja. Ist ja gut. Warte, ich komme. Hab schon. Red, Shandy. Tief, ich bin aus dem Bett. Ich komme. Wow, Musik. Ja, das ist so. Ja, MC Hi-Happen ist hier. Nice. Jawohl. Domain gehört uns. Banden. Geil. Mhm. Mhm. So. Geil. So. Ich würde sagen... Ich habe... Danke. Erstmal danke fürs Zusehen. Nein, lass weiter aufnehmen. Nein, ich will auch erst mal gucken, ob der Sound so passt. Ah, ja, dann auch. Dann können wir gucken. Also, bis dann erstmal. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.